hallo 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 dann gehe ich doch mal in den stream rein die holzfällerplattform wollte ich auch noch platzieren hätte ich auch noch gebastelt oder zumindest die batterien dafür das ding braucht auch strom oder dann platziere ich das hinten bei meinem strom für den zimmer sich die kabel nicht so lange verlegen muss was ja bei mir machen die noch 15 so das ja ja festgefahrene situation was in welcher stadt ja 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 Ich habe hier schon eine Ausrüstungskiste. Ja, ich könnte aber schwören, dass ich in diesem Gebiet einfach noch nie drin war. Cool. Nicht hier. Äh, hier draußen ist eine Aufbewahrungstruhe, meine ich. Ja, Level 33. Cool. Das ist ungefähr genauso gut wie die Babygeräusche gestern. Oh, habe ich überhaupt nicht gefühlt, ne? Ach, ach so, ich dachte, das wäre eine Fake-Truhe gewesen, weil die mir ganz kurz nie angezeigt wurde. Okay. Das war's. 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 Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Oh. Wow. Das war's. Sonst. das war's. 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 Oh wow. Das war's. 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 Ja. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh. Nice. Wow. Das war's. Das war's. Das ist. Das war's. 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 Oh. 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 Nice. Oh. So. Ich hab's. 2400 Schaden gemacht. Das war's. Das war's. Ruhe. und Müll. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Oh. Ich hab's. Ich hab's. Achtung. Ich hab's. 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 Wow. Ich hab's. 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 Jetzt. Ich hab's. 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 Oh, ich hab's. 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 Oh, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ah, ich hab's. 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 Ich. Ich hab's. 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 Ja. Den findet man bestimmt irgendwann nochmal. Mhm. Perfekt. Ich kann jetzt Wolfram Werkzeuge herstellen. Nice. Geparkt. Hm. Oh mein Gott. Natürlich. Ach, jetzt kann ich mit der reden. Hm. Ja. Den hier. Den hier. Ach so. Ja. Und dann könnte man die beiden hier machen. Ja. Dann haben wir glaube ich schon direkt alle fünfe. Hm. Hm. Woops. Ich bin falsch abgebogen. Ich wollte gerade fragen, was machst du da? Nix. Hast du was entdeckt? Nur falsch abgebogen. Achso. Die Brücke kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, das ist jetzt schon das dritte Mal, dass wir da drüber fahren. Ja, ich bin auch falsch gefahren. Ich bin falsch abgebogen. Hm? Oh, schon wieder falsch abgebogen. Oh, das machen die absichtlich. Klar machen die das absichtlich. Okay, danach brauchst du es gar nicht mehr setzen, wenn du über die Wand drüber gehüpft bist, weil dann kommt Wasser. Hm, so war. Ja, ich bin jetzt schon wieder. Oh, das war. Ich bin jetzt schon wieder. Ich bin jetzt schon wieder. Das war's für heute. Ich könnte schwören, dass es, äh, mit dem nächsten Update, äh, die Aufgabe kommt, aktiviere 30 Portale, äh, Teleporter. Ja. Damit du auch kreisrum herumläufst. Mhm. Saisonsteer abgeschlossen. Nice. Ey. Egal. Was? Nee, ähm, bei mir war was, was jetzt egal ist. Habt ihr eigentlich diesen Monolithen geschafft? Welchen Monolithen? Äh. Hier, wie heißt das? Hinterlasse eine Nachricht? Nö. Okay. Haben wir aber auch gar nicht mehr probiert. Oh. 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 Oh, hier muss man wirklich zwei Spaltanker aktivieren. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob das da nur als einer oder als zwei Gebiete gilt. Nee, als ein. Nein, nein, ich meine in der Quest. Oh. Oh, hier oben ist was. Oh, ist hier oben. Ach da. Ich habe Drucker erhalten. Komm, greif an. Wow. Sicherheit, Status, unzureichend. Ah, hier ist nichts. Wow. Hier drüben ist noch eine Truhe. Oh, Abluftgebläse erhalten. Ich glaube, das ist ein Deko-Gen-Stand. Mhm. Oh, ich habe eine Bratpfanne bekommen. Yay. Wir können ein PUBG nachstellen. Ja. Ah, ich glaube, die haben Markenschutz auf die Bratpfanne. Am Arsch. Hm. So, ich glaube, wir müssen jetzt da... Ah, okay. Was? Ich wollte gerade sagen, wir müssen jetzt da die Treppen hoch, aber... Da ist schon jemand ganz oben. Denkst du? Hm. Wie kommst du drauf? Ach, nur so. Oh. Nee, komm, sag mal. Äh... Map-Anzeige. Hm. Uh- 칫. Im Moment. Oh. Alter, ist das riesig. Aufbewahrungs-Truhe. Noch ne Aufbewahrungs-Truhe unten. Oh Gott, Moment. Oh, hier oben ist auch einer. Bei dir da unten fliegt irgendwas rum. Was? Hier fliegt nichts. Ne? Ne. Okay, ich hatte hier eben gerade Sicherungs-Wahrscheinlichkeit angezeigt bekommen. Achso. Ausrüstungs-Truhe. Oh boy, Elite-Gegner. Ja. Und Waffenpiste? Ja, ich hole mir gerade den Sicherungs-Äh, den Schmetterling. Nice. Und eine Aufbewahrungskiste. Meine Güte. So langsam wird er da echt aufdringlich. Oh. Ein strapazierfähiger Helm. Okay, ich glaube hier unten war es das tatsächlich schon. Ja. So, dann fehlt noch einer. Ein Spaltanker. Eine Elite-Gegner. Und die mysteriöse Kiste. Mhm. Ich glaube bei uns ist ein Gewitter losgegangen. Oh. Äh. Guck mal hier eben her. Da habe ich schon gesehen, glaube ich. Warte. Diese komische Puppe? Warte. Welche komische Puppe? Den Fußabdruck. Oh. Nein, den hatte ich noch nicht gesehen. Oh, hier ist ein Handabdruck. Aber das ist glaube ich nur Blut. Okay. Aber ich kann diese Stingsens nicht ansprechen. Oh, jetzt auch weg. Okay. Ja, nochmal untersuchen geht auch nicht. Naja. Die starräugige Puppe. Ich schwöre, ich höre die Puppe reden. Sie sagt, sieh mich bitte an. Sieh mich einfach immer weiter an. Okay, überhaupt nicht gruselig. Naja. Davon halte ich nichts, außer ganz viel Abstand. Oh, nee. Hm? Ich höre die Puppe. Nice. Nee. Oh, ich sehe sie. Wo? Auf anderen Seite. Hier war sie. Oh, jetzt ist sie unten. Ah, sie ist vor mir. Ich bin, äh. Runtergesprungen? Da stand grad. Ach so. Rätselkiste. Cool. Ich hab ein Pistolenwaffenmagazin bekommen. Puppupp. Ah, ich jetzt auch. Okay. Cool. Abgeändertes Pistole. Aber ist das für die Pistole? Es kann auch sein, dass es für die MP war. Hm. Ne, war für die Pistole. Aber für, äh, unter Zubehör. Ja. Ja, und dann? Äh, ist das unten das Magazin. Es kann aber sein, du hast einen Revolver, ne? Ja. Ah, okay. Ja. Hey, ich hab mir die Knie gebrochen. Ich bin jetzt ein bisschen langsamer unterwegs. Mhm. Mhm. Mein Gott, mein Charakter muss mir aber auch alles nachmachen, was ich im echten Leben fabriziere. Ja. Dachte ich bei meinem auch. So, wir brauchen noch einen Elitegegner, Spaltanker und die Mystische. Das ist ja schon mal geil. Ich hab ne Aufbewahrungstruhe. Mhm. Mhm. Ich seh irgendwas Lilanes leuchten da hinten auf jeden Fall. Ja. Das muss man hier nur einen Eingang suchen. Na, ich denk mal hier irgendwo den Weg runter. Oh. Und in der Gleiterweine kann man immer filmen. Die Geh Ah, Elite-Gegner. Cool. Ja, aber da ist mein Möbelchen dran. Und wieso greift er den nicht an? Aufbewahrungskiste. Oh ja. Mit Schießboiwahr. Uhu. Oh, what else? Da hinten ist noch was drin. Oh, hier ist auch noch was drin. Oh. Medikett? Achso, Medikett. Hier ist noch mal ne Aufbewahrungstruhe mit Chase-Bolver. Cool. Oh, und Vanadium-Kristalle. Oh, noch ein Elite-Gegner. Ah. Oh, Rosetta-Zugangskarte habe ich. Ist gut, aber hier ist die Truhe drin. Und noch ne Waffenkiste. Oh, Fragmenten-Langen-Langen-Axt. Nice. Cool. Blackfall-Extraktions-Genehmigung. Die kann ich wahrscheinlich nicht verwenden um meine... Nee, 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 kann ich nicht. Oh. Wo habe ich das denn her? Was? Agenten-Bauplan-Bauhelm. Oh. Hey, für den Spaltanker müssen wir irgendwie da hoch. Ja. Oben. Hm. Oh, ich habe hier noch ne Ausrüstungstruhe. Ja. Äh, da hinten ist noch, schwebt noch das lila Ding, ne? Hm. Hm. Der Gegner läuft hier im Übrigen auch noch rum. Hä, wo? Nee, das war mein Viech. Oh, hier ist eben auch noch ein Gegner hergelaufen. So, wie kommen wir jetzt da ran? Wahrscheinlich über die Rohre. Hm. Ah, da... Wieso spawnt der auf einmal? Nein, der war schon die ganze Zeit da. Das ist der, den ich meinte. Okay, der wurde bei mir nicht angezeigt. Okay, cool. Beine gebrochen, aber nicht hingekommen. Ich wollt grad sagen, anscheinend nicht über die Rohre. Hm. Über den Stacheldraht. Dann... Ja, und dann von dem Dach aus, ne? Ja. Cool. Und das Gute ist... Wow. Hast du das gehört? Mhm. Okay. Hier donnert das so ein bisschen. So, dann wieder hoch in den Spaltanker aktivieren. Hm, ich versuch jetzt mal, dass mein Viech hier kämpft. Kann das kämpfen? Ja, eigentlich schon. Hast du auf Autoangriff gestellt? Ja. Dann eigentlich schon. Hopps. Ähm, bin gleich da. Ja, ich hab mal so'n Adrenalin teilgenommen. Hm. Ach, das ist so'n Elite-Gegner, deswegen bin ich so schnell drauf gefahren. Meiner greift an. Ja, meiner hat auch angegriffen, aber... Das war nicht so das Wahre. Okay, für die Hauptquests zählen die tatsächlich getrennt. Also, ich hab jetzt alle Fünfe. Ja. Ja, ich auch. So, entweder machen wir jetzt den Monolithen oder erst noch die andere Hauptquest, die wir noch haben. Aber wir haben ja auch noch, äh, Sache nach dem Haifkäfer. Käferhai. Vorschlag der Güte. Erstmal zurück ins Lager. Mhm. Gute Idee. Sachen reparieren, auseinandernehmen und... Ja, haben wir jetzt ordentlich gesammelt. Oh, wir haben schon Föhn? Ja. Hm. Die Zeit geht so schnell rum. Oh ja. Ich hab gestern ein Video gesehen von Pugs Dai. Hm. Ich glaub, das wär auch was für uns. Okay. Äh. Einfach nur aus dem Grund, man kann da ziemlich viel bauen und ziemlich geil bauen. Es ist halt nur hart loot-lastig, äh, grind-lastig. Hm. Frag mich grade, wo die Level 31er Gebiete sind. Ähm. Damit wird hier vier Rüstungen... Oh, wow. Ich hab sie gefunden. Direkt nebenan, oder was? Äh, nee. Nicht so direkt nebenan. Warte. Warte. Ich hab markiert. Ist nur so vier Kilometer weit weg die Stadt. Bäh. Warum denn? Ähm. Weil wir die Iridium-Kristalle brauchen. Und das Gebiet, das ich jetzt grade markiert hab, da gibt's, äh... Da sind die, äh, Bases in der richtigen Stufe, wo es die gibt. Oh, ja. Genau, vorher können wir kein Tier 4 herstellen. Aber wir haben da zum Glück schon einen Teleportationsturm in der Nähe. Oh. Der ist noch nicht aktiviert, der Teleportationsturm. Der hier unten? Und dann kann man einfach hier rüber laufen. Ah. Okay, cool, ja. Dann könnten wir uns da die Sachen holen und dann Tier 4 Rüstung herstellen. Was vielleicht tatsächlich auch gar nicht so doof ist. Äh, bevor wir den Monolithen machen. Sie entscheiden, was wir jetzt als nächstes tun werden. Joa. Ich folge unauffällig. Warte mal eben. Baupläne. Gibt's denn schon irgendwas Neues freigeschaltetes? Oh, ja. Die Axt. Okay. Geht's Encino. Ja. Ja. So. Ja. Ja, das war eine Weile. Ja. 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 Ja, ja. Oh, ich habe in der Wiege noch was freigeschaltet. So, eben noch kurz ins Bett legen. Hm. Macht Sinn. Weißt du, was das cool... Ach so, hatte ich schon erzählt. Ne, Moment, hatte ich dir das erzählt? Rathrogan? Äh, ich habe ein Doppelbett da stehen und die Katze legt sich mit ins Doppelbett rein. Oh, wie geil. Und schläft nicht mehr daneben. Das ist mega. Ja. Das war auch die Hoffnung, die ich hatte. Ja, die legt sich tatsächlich direkt neben dich. So, ich wäre full. Also, auf geht's. Ja, was machen wir? Äh, ich hätte jetzt gesagt unten in die, äh, unten zum Teleporter und dann, äh, den Spaltanker Gaia Militärbase. Hm. Oh, und vielleicht machen wir auch vorher das hier noch. Ja, was gehen wir? Wie geht's? Oh. Oh, wie geht's? Oh, wie geht's? Oh, wie geht's? Oh, wie geht's? Siehst du da hinten die Leuchtekugel? Mhm. Auf geht's. Ich wollt grad sagen, wollen wir die noch machen? Was hat der denn hier angepflanzt? Will ich gar nicht wissen. Oh, ne mutierte Rübe. Oh. 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 Was ist das? Oh, ein gelbes Mini-Shirt und Iridium-Kristalle. Nice. Warte, ich habe noch ein Saisonziel fertig. Oh. Er reicht 10 Minuten Kampfzeit mit deiner Mutation. Ja, genau. Deswegen habe ich den gerade die ganze Zeit gespawnt. Moment. Das will ich mal gucken, wie viel ich da noch brauche. Noch vier. Ich kann mein Motorrad nicht spawnen, solange der da ... Hä? Warum kann ich mein Motorrad nicht spawnen? Ja, ich denke wegen dem Dingestens. Ach, wegen dem Timer. Ja. Ja. Wieso fährst du eigentlich da lang? Wo fährst du hin? So, den Spaltanker da. Das zeigt mir mein Navi an. Wollten wir nicht den Spaltanker Gaia machen? Oh. Oh. Ja, doch. Ich habe den nächsten schon angeklickt. Cool. Okay. Ich habe die Iridium-Kristalle brauchen wir dann auch, um die aufzuwerten hinterher. Mhm. Aber erstmal Komplettstufe-Vierer-Rüstung herstellen braucht schon einiges. Ich glaube, wir brauchen vier Iridium-Kristalle pro Teil. Heißt, wir haben eins, zwei, drei ... äh ... acht Teile, glaube ich. Acht mal vier. 32, 32 Iridium-Kristalle. Bleh. Hm. Warum denn? Hm. Ähm. Dass hier so fliegt, heißt meistens, dass ein Elite-Gegner in der Nähe ist. Meinst du? Hm. Zugriff. Ja. Ja, ich h heard den nicht Apparently. Mhm. Oh, hier ist eine kleine Kiste mit Schießpulver. Und hier ist noch ein Elite-Gegner. Oh, hinter dem, rechts von dir. Oh, hier ist eine kleine Kiste. Oh, hier ist eine kleine Kiste drin. Oh, ja. Ah, Aufbewahrungskiste. Obwohl, doch ist gut, da sind die Iridium-Kristalle drin. Okay, dann vertraue ich dir mal. Hm, Antibiotika. Ich muss mich kurz befreien, ich bin ein bisschen stuck hier. Okay. Warum ist der Spaltanker da unten? Ja, das frage ich mich auch gerade. Wir sollten hier erst gucken, dass wir alle Kisten machen. Oder das wird wieder nicht richtig dargestellt und das ist eigentlich eine riesig große Festung. Das glaube ich nicht. Nee. Okay, uns fehlen noch ein paar normale Gegner, eine Ausrüstungs- und Waffenkiste, mysteriöse und ein Spaltanker. Hm. Eigentlich alles außer der Elite. Ja, oben ist noch eine Kiste drin. Oh, ja. Es ist eine Aufbewahrungskiste. Woo. Mit einer Kamera. Hübsch. Hm. Ich habe Reifen bekommen. Cool. Hm. Rosetta-Zugangskarte. Nice. Aufbewahrungskiste bei mir hier. Ja, ich bin andersrum gelaufen. Okay. Okay. Ich habe Reifen bekommen. Da hin ist die Mysteriöse. Hm. Hm. Hast du die Mysteriöse schon? Nee. Meine Wünsche sind zu viele. Ja. Hinter dir. Oh. Hast du eine Chipkarte? Mhm. Oh, super. Hä? Hä? Ich habe die doch verwendet. Oh. 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 Und eine heilsame Präzision. Oh. Freie Iridium. Ja. Ich habe auch welche bekommen. Oh. Hier. Da drin ist noch was. Ah, da war ich schon. Okidoki. Ja, jetzt ist ja nur noch der Spaltanker da. Ja, ich weiß nicht, ob wir hier noch da oben hin wollen. Ja, ich weiß nicht, ob wir hier noch da oben hin wollen. Hä? Was zur Hölle? Hm? Ach, das ist ein Spieler. Ok. Da ist noch eine Kiste für mich drin. Kann sein, dass das die ist, die du mir eben gezeigt hast. Oder zeigen wolltest. Ja. Oh, ich habe einen grünen Sessel erhalten. Ok. Das bist nicht du. Das bist auch nicht du. Da hinten bist du. Ach so, du wolltest da rein, also da oben hin. Ja, in die. Ja, macht auf jeden Fall Sinn, da wird es gut für uns sein. Heilige Fresse. Was denn? Ach, nix. Höh. Mag ich. Mag ich wirklich gerne. Ich habe mich gewundert. Hm, komischer Gegner, der spielt den Crab Mix. Hallo, Dampfer. Hallo, hallo. Hallo. Guck'n Gag. Hier unten ist auf jeden Fall noch eine Truhe. Hm. Oh, der kommt gleich mit dem Bus angefahren. Ich glaube. Okay. Ich hoffe, ich habe ihn verstanden. Oh, neue Spezialisierung verfügbar. Ah, du bist Stufe 35? Mhm. Nice. So, ich glaube, das war's hier aber auch schon, oder? Ich wollte mal hier umgucken. Ja. Detektor. Also laut Dampfer sind die 45er-Zonen echt übel. Ja, ähm, hier Throgan war da heute Morgen auch drin, der ist auch, äh, zwar knapp. Oh, Waffenkiste. Ja. Oh yeah, nochmal zwei Eridium. Oh ja, drei Stück. Ich hab jetzt neun. Ähm, ich habe, Sekunde, zehn. Äh, Arschkuh. Ey. Also wir könnten jetzt hier, ähm, jumpen. Ja. Lernst du den Vogel, die fischen, okay. Oh Gott. Okay, also dass man da ne Barriere aufbauen kann, oder wat? Kein Zugang. Wir können den Spaltanker noch nicht machen. Okay. Ja, das ist ja nicht schlimm. Aber, das können wir ja später machen, ja. Ja, das können wir erst machen, wenn das Gebiet hier komplett freigeschalten ist, auch von, äh, von der Quest her. Ah. Aber, wir sollten vielleicht trotzdem noch, also ich mein, dann können wir ja hier einfach herkommen, dann den Spaltanker aktivieren und dann sind wir ja quasi damit fertig. Ja. Das war dann, äh, jetzt noch zu dem anderen Gebiet hinfahren. Ja, ich würde erst mal nach oben fahren, den Teleporter holen. Auf jeden Fall. Gute Idee. Und dann gibt es hier, Quests. Hm, also erst mal zum Teleporter aber. Ja. Ich kunde da Bärchen. Ich kann auch nicht mehr so lange, leider. Oh. Okay, der Vogel hat noch ne zweite Funktion, der, äh, heilt dich und, äh, bringt deine Sanity runter. Hm. Nice. Wo hast denn du hier ne Quest? Achso, äh, oben rechts da. Alles Gute zum Geburtstag. Also neue Quests. Ich weiß nicht, ob wir die schon annehmen wollen oder, äh, eher weniger. Hm. Na, können wir schon machen. Obwohl, Moment, da gibt's nur Beryllium. Wir könnten auch alles, was verloren ging, machen. Warte, wo? Ach, da. Ja, machen wir. Weil, ich glaub, das passt gut mit ner halben Stunde. Ja. Unfall. Na, ich seh's. Unfall. Noch einer. Unfall. Unfall. Mein armes Motorrad gerade ist separiert. Bald gibt es ein Feuerballion. Bei diesem Spiel kann ich nicht unterscheiden, ob das Gewitter im Spiel oder bei mir in der Realität ist, wenn ich Kopfhörer aufhabe. Ja. Ja. Finde ich aber an sich ganz cool. Ja, auf jeden Fall. Obwohl doch, äh, äh, vorhin hab ich den Unterschied gemerkt, da hat mein Stuhl vibriert, als es hier gedonnert hat. Oh, wow. Oh, nein, nein, nein. Oh. Was, was gibt es denn Neues in Path of Exile? Dass du da so gespannt drauf bist, Dampfer. Oder kommt die neue Season raus? Okay, das kommt die neue, äh, Liga raus. Okay. Ja, das glaub ich. Ah, Path of Exile ist nicht so meins. Also mal ganz gerne, aber irgendwie nee. Aber dasselbe hab ich auch mit Diablo. Oh. Einfach WoW Garnision in Path of Exile. Also mit Housing oder was? Alter, sind hier viele Ressourcen, ey. Wir müssen da hoch. Ja. Oh, ich hab'n Baum gefällt mit meinem Motorrad. Oh, cool. Also das ist ja wirklich WoW. Okay, das Ding da oben sieht wild aus. Oh ja. Jetzt müssen wir nur hochkommen. Wie bist du hochgekommen? Äh, den Berg hochgeklettert. Ja, genau so in etwa. Du bist Stammesführer, du darfst starten. Ja, ich muss erstmal mit dem quatschen. Oh, ja. Hast recht. Ah, mein Lieber Mayfly. Ich habe ziemlich die Interessante Bounty für dich, wenn du interessiert bist. Oh. Aber natürlich. Oh, ja. Aber jetzt müssen wir uns die Hightower. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Oh, ja. Töte ihn. Aufbewahrungspur? Hm. Ja, wenn nächstes mal Iridium-Kristalle drin sein können. Ja. Und jetzt erstmal ne dreiviertel Stunde. Wir spielen den Fahrstuhl-Simulator durch und durch. Wuhu. Okay, das ging ja schnell. Hm. Das war ja schon fast langweilig. Ich wollte grad sagen. Ja. Nein, hat mich nicht geschrocken. Nicht? Nein. Danke. 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 Das war's für heute. Vor allem, weil diese scheiß Viecher übelst viele Hits pressen. Ja, ist ja auch ein Dungeon, ne? Schön, da gehen die nächsten Türen auf. Oh, oh. Ich wollt grad sagen, wieso gehen die jetzt auf einmal die Türen auf? Jo. Hinter dir? Hinter dir. Na, hinter dir ist schlimmer. Ich glaube auch. Oh. Hey. Jau. Jau. Ich mach erstmal die Gegner platt, oder? Ja. Ja, ich mach erstmal eine Injektion. Was soll denn die Rotze? 2,50 Meter von dem weg und er trifft mich trotzdem. Sonst ist hier nichts. Mhm. Cool. Wir haben keine Zugangskarte, oder? Doch, ich hab Zugangskarten. Aber, hast du Granaten? Nein. Findest du das? Ja, doch. 2. Findest du diese Wand auch sehr verdächtig? Ähm. Mhm. Ähm. Honk. Vielleicht hab ich mich grade fast selber getötet. Aber nur vielleicht. Ist gar nicht aufgefallen. Ah, hier geht's weiter. Ah, okay. Dann lass uns erst die Zugangskarte machen. Wahrscheinlich ist das hier der offizielle Weg und der andere geht halt auch. Ah. Warte, warte, warte. Zurück. Dampfer schreibt Zugangskarte ist Endboss. Okay. Dankeschön. Uh. Blackfall Raffinerie Karte. Ach so. So. schön die nächsten zellen gehen auf ja ich brauche erstmal heilung so okay wäre alternativ zur zugangskarte gewesen also zugangskarte wäre wahrscheinlich schneller warte mal was ist hier ja hier kommen wir glaube ich runter das ist die zugangskarte aufbewahrungskiste 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 von wo Mistfeed aufbewahrungskiste wie das war es schon ach nee um den spaltraum zu betreten wenn du speedrun machst okay bist du hier auch geh durchs portal ah jetzt hallo hi ich hatte gerade kurz Angst dass mich hier irgendwas anspricht bevor du da bist achso nee ich konnte bei mir ist nichts passiert als ich durchs portal bin ach cool hier ist schon wieder ich bin eingefroren ich auch oh ist das red light green light ja bin ich cool ich auch jetzt schieb ich doch nicht beim looten weg das ist nice das war fucking knapp hm so erst äh 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 siren das ist die siren von ganz von am anfang ok oh ja hast recht oh ok erstmal in den raum da hinten reingehen und heilen gute idee also die hat auch red light green light anscheinend dann warten wir die nächste phase einmal ab ja oh oh weiß nicht ob dir die phasen wechselt wenn wir äh hier stehen dann bleib du da mal stehen ja ja auch grün auch grün rotes licht kommt gleich hinter dir Oh, hinter mir Okay, sie haben sich bewegt Aber ich werde zum Glück von dem Strahlen nicht getroffen Ja, will ich auch nicht Du machst die Gegner, ich knall auf die Okay Okay Oh shoot. Red Light. Der Dungeon ist richtig cool gemacht. Ja. Green. 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 Alter, ich brauch Hilfe. Orange, kaputt. Gott sei Dank, alter Schwede. War das ein geiler Fight. Ja, ich hab auch Zero Munition da. Mhm. Ja doch, ich hab noch 2000 Kugeln. War das ein geiler Fight, echt. Oh ja, der war wirklich gut. Oh, ich hab noch ein Straßenschild erhalten. Aber allein wär mir das glaube ich zu stressig gewesen. Ja. Weil es hat ganz gut funktioniert, dass du dich um die Gegner gekümmert hast und ich einfach auf die Siren draufgeknallt hab. Ja. Und trotzdem hab ich irgendwie mehr Schaden gemacht. Oh wow. Naja. Das war cool. Timon, was hast du zu sagen? Ich wusste, ich konnte kümmern. Ja. Da geht's. Und das bedeutet, dass du... By the way. Hat Herr Gene Sheckley erwähnt, dass er etwas für dich verlassen hat? Ich muss sagen. Das ist cool. Oh, der hat was im Zimmer hinterlassen. Was? In welchem Zimmer? Irgendwie Green Sheckley. Irgendwie Green Sheckley. Oh. Oh, wir haben noch äh... Noch? Ey, warum hast du da... Warum hast du eine dritte Hauptquest und ich nicht? Das war das von gestern. Äh... Guidance. Konzept der Materialisierung. Ja genau, das hab ich nicht. Okay. Naja, ich geh erstmal zurück nach Hause. Weil ich muss auch gleich ausmachen. Ja. Aber das hat ja echt super geklappt. Ja. Ja und jetzt muss ich definitiv Werkzeug... Äh, nicht Werkzeug, sondern... Munition herstellen. Hm. Ja. Shhh! Helmstufe 4. Nice. Oh yeah. Ja, ich stelle mir jetzt erstmal meine Pistole Stufe 4 her. Hm. Ja, ich glaube das macht echt am meisten Sinn. Ja. Oh, Pläne. Oh, ich will keine Revolver haben, das ist das Blöde. Ja, ist bei mir gerade das Beste, was ich herstellen kann, deswegen. Hm. Oh, never mind, ich habe die Staubige. Die ist auch Stufe 4. Hä? Oh wow. Dann nehme ich doch die. Bauplanladen. Uh. Nie F benutzen. Okay. Was ist denn F? Oh ja, das habe ich schon ganz oft gemacht. Okay, also nächstes Ziel ist Lauffeuer. 2000 Punkte brauche ich dafür. Ja, Gatchagame. Ja. Ja, 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 ja. Ha. Hm. Aber frisst ungemein auf, sag ich dir. Okay, dann sparen wir erstmal die Sachen. Dann warte ich bis ich die bessere Pistole kommen kann. Wie viele von diesen lila Einheiten hast du noch? Was für lila Einheiten? Ähm. Wo du das Bett gekauft hast zum Beispiel. Achso. Ähm. Sekunde. Ich habe noch 2.600. Dann geh mal bei mir in die Basis und geh mal an die Wunschmaschine ran, wenn du die noch nicht gebaut hast. Nee, habe ich nicht. Und dann musst du mal G drücken. Hm. Oh wow, ich kann mir hier einfach... Mhm. Ja, okay. Hammer high. Aber dann würde ich eher Lauffeuer nehmen. Ja. Oder man spart auf die 8000. Und dass man sich einen goldenen freischalten kann. Ja. Naja. Naja, doch. Doch, ich glaube, ich werde warten, bis ich da 8000 voll habe. Auch wenn ich mir jetzt überlege, wie ich davon schon ausgegeben habe. Mhm. Naja, ab Dienstag ist ja das neue freigeschaltet. Da kann man wieder ordentlich Punkte sammeln. Ja. So. Aber ich muss jetzt ausmachen. Okidoki. Dann wünsche ich ja noch einen schönen Stream und vielleicht bis später. Genau. Schönen Abend dir. Und ja. Ich denke mal, ich werde heute wieder bis 22 Uhr machen. Also ganz entspannt. Ja. Alles klar. Bis denne. Bye bye. Bis denne. Ciao. So. Und wir nutzen jetzt diese Chance. Und ich würde einmal eben eine kurze Pause machen. Auf Klo rennen. Eine rauchen. Und dann wiederkommen. Also macht dasselbe. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns ein bisschen um die Bude hier. Und gehen auf Ressourcenjagd. Und eine Idee war noch, nochmal so ein paar Sachen hier zu machen. Wie denen hier den Sicherungssilo und sowas. Bis später vielleicht. Genau. Bis 22 Uhr bin ich da. Und dann mache ich eben eine Pause. Und dann ganz entspannt geht es dann weiter. Also bis gleich. Das ist richtig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier. 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 Hier.